Elektroautos fand ich schon immer spannend. Sie sind einer der Schlüssel für eine klimafreundliche Mobilität und definitiv ein Bereich mit großem Potenzial. Es hat mich daher riesig gefreut, dass ich bei Cap Game Engineering bereits als Werkstudent an der Entwicklung von Batterien, also dem Herzstück von Elektroautos, mitarbeiten konnte. In den letzten acht Jahren habe ich in mehreren Projekten mit unterschiedlichem Fokus gearbeitet. Doch meine Leidenschaft für die Elektromobilität, die ist stets geblieben. Aktuell arbeite ich in drei Projekten für verschiedene Hersteller rund um das Thema Batteriespeicher. Mein Ziel ist es, mich auch weiterhin mit den neuesten Technologien und Entwicklungen zu beschäftigen und meine Expertise in der Elektromobilität weiter auszuwahren und so meinen ganz persönlichen Beitrag an einer nachhaltigen Welt leisten zu können. Aber auch das, was außerhalb der Arbeit passiert, ist für mich wichtig. Ich freue mich, dass mir Cap Game Engineering eine hohe Flexibilität bietet und ich meine Arbeitszeit so einteilen kann, dass ich auch Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Das wird auch im ganzen Team so gelebt. Wir haben einfach einen super Teamgeist. Aus Kollegen wurden Freunde und das Verhältnis untereinander ist einfach echt gut. Ich kann mich einfach auf jeden einzelnen unserem Team verlassen. Das war so. Bis zum nächsten Mal. Du bistjuf! Wir haben ein Barsch. Du bistjuf! Du bistjuf!